Moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3 und wir spielen heute Call of Duty Modern Warfare 3. Ich packe heute... Was packe ich ein? Was packe ich ein? Was packe ich ein? Ich kann mich nicht entscheiden. Nehmen wir die MK46, die SMHW, Schlitter, Blindgranate, Blinder, Überwacher, Visierpro. Und natürlich noch der Lagerbericht. Ich will ja wissen, um was es geht hier. So, hier 3 Minuten und 50 noch zu zocken. Erstmal nach vorne rushen. Mamma mia. So, hier sind wir mit dabei. Da vorne, Ränder! Ja! Wir haben nicht vernichtet. Der A-Eigland ist dabei. So. Ich leide erstmal meine Waffe hier nach. Der liegt da! Guckt euch mal das an hier! Guckt euch das an, Alter! Er will die Jungfrau noch, aber er bekommt sie nicht. 200 Punkte Spielverderber. So, von hinten wurde ich vernichtet von... A-M-G... So, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunden... Ich will zocken, ich will zocken! Endlich! Endlich bin ich wieder am GmbD drin. So. Was haben wir denn hier? So, ich muss jetzt nehmen da vorne, da liegt also eine Flagge wahrscheinlich. Dann rennen wir jetzt gleich mal hin. So. Nehmen wir mal da hin, nehmen wir da hin, nehmen wir da hin, nehmen wir da hin. So, was haben wir denn hier für noch? SMAW ist noch dabei. Ich werde jetzt gleich mal die neuen Waffen holen, das ist das Einsatzschild. So. Da vorne! Da vorne ist ein roter Punkt, Alter! Da cuben sie! So, roter Punkt kommt gleich auf mich zu. So. Bin mir sicher, da kommt gleich einer. Mein Radar hat ihn gesichtet! 100 Punkte! So. 4 Kills schon erzielt hier. Können wir mal schnell gucken hier. Freunde, Freunde, Freunde. Der Warncode E. Auch vom HR-Clan. Ist noch offline. Also schon online, aber der spielt glaube ich nicht Call of Duty. Sondern glaube ich Black Ops. Ja. DTN ON. Den wollte ich eigentlich noch zocken. Sollte ich eigentlich mal tun. Oder der ist schon drin. Ne, der ist noch nicht drin. Man müsste gleich aber reinkommen. So, was haben wir denn hier überhaupt ein? Einsatzschild dabei? So. Uiuiuiui. So. Ah, da ist er, da ist er! Guckt euch das an hier. Da vorne. Da vorne, da vorne, da vorne, da vorne. Schön ausgestattet hier. Profi-like hier. Darf der Camper in den Ecken. Oh. Mit der Malvisier. Fingerfertig verboten. Hier der Brau-Meisterschützer. Und Aufsätze. Number Two, Mann. Schön ausgestattet. Wir haben noch eine Minute, drei zu zocken. Jetzt geht's ab. Ich sag's euch. So. Jetzt kämpfe ich mit der Pistole. P99 ist nicht angesagt, Leute. So, da kommt glaube ich irgendwas. Was ist das? Ja. 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 Oh. Lass doch. Oh, wie konnte denn das sein? Ich hab doch ein Einsatzschild hinten auf dem Rücken. Guckt euch das mal an hier. Trotz Einsatzschild auf dem Rücken. Bringt nichts. Bringt einfach nichts. Bringt nichts. Hey, bleib stehen. Boah. Der will abhauen. Der will abhauen. Der bekommt vom AR-Clan Angst. Der bekommt Angst. Oh. Glückstrepper war das. Glückstrepper. So. Wir gehen weiter nach vorne. So. Der junge Zocker macht euch fertig. Wir haben einen Zieg erzielt. Yeah. 1 zu 0 Spielbonus 1761 Punkte. Und dann schauen wir mal das letzte Intro an von Abel Mbond. Buh. Motherfucker. Wir hören uns wahrscheinlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom. See you later, alle Gater. Ciao. Bis zum nächsten Mal.